Am 22. März versteigert die deutsche Grundstücksauktionen in Berlin wieder vier Flurstücke auf Sylt, drei davon in Kampen, eins davon sogar inklusive Steinzeitgrab und eins ist direkt am Wattenmeer in der Praderuppe Heide gelegen. Bebauen oder anderweitig nutzen darf der zukünftige Besitzer die Flurstücke nicht, stehen sie doch zumindest teilweise unter Naturschutz, daher ist die Nutzung nur sehr stark eingeschränkt möglich.